. Schönen guten Abend, ich begrüße Sie ganz herzlich hier zu Ihrem Wetter vor 8. Meteorologisch ist der Winter fast zu Ende. Jetzt ist ja ein Schaltjahr, also morgen ist noch ein Februartag, der 29. Aber da bilanziert man natürlich gerne mal, wie es im Winter war. Und das verbinde ich an der Stelle auch mal mit der Aussage, Mensch, wir hatten eine ganze Menge Wasser gehabt. Und viele Zuschauerinnen und Zuschauer haben mich auch immer mal wieder und das ganze Team natürlich gefragt, wie ist denn eigentlich die Situation, da müsste jetzt doch durch das viele Wasser einiges ausgeglichen worden sein. Und ja, das ist es teilweise und das ist die positive Nachricht, die ich Ihnen jetzt hier ein bisschen vermitteln will und auch ein bisschen einordnen will. Und damit fangen wir mal an. Also Dezember, Januar, Februar aus statistischen Gründen unsere Wintermonate in der Meteorologie. Der Mittelwert in Deutschland über die ganze Fläche gerechnet. Von 1991 bis 2020, das sind 190 Liter auf den Quadratmeter in diesen drei Monaten. Und in diesem Spezialfall, 2023 waren es 277, ist es fast die Hälfte zusätzlich gefallen. Und das konnte natürlich einiges der Defizite ausgleichen. Nur, wenn Sie das mal jetzt in den Jahresbilanzen sehen, das ist jetzt die Niederschlagsmenge von 2018 bis 2023. Sie sehen, 2023 hat ordentlich aufgeholt, also jetzt geht es ums ganze Jahr. Sie sehen aber auch, die fünf Jahre hier vorher, mit einer kleinen Ausnahme, waren alle defizitär. Das heißt, am Ende über diese lange Strecke kommt raus, dass pro Quadratmeter immer noch fast 300 Liter fehlen. Also das Niederschlagsbedürfnis ist vorhanden. Trotzdem, jetzt aktuell, ist vieles korrigiert. Das ist der Dürre-Monitor. Und Sie sehen einfach mal die Böden bis 1,80 Meter Tiefe und hier die Einfärbung der entsprechenden Dürre. Und da sehen Sie kaum etwas, also die Situation ganz schön gut. Wenn Sie das zum Beispiel mal mit dem 1. August vergleichen, ganz andere Situation, fast überall. Und gerade hier im Osten der Republik teilweise eine außergewöhnliche Dürre. Das Problem bei den Niederschlägen ist natürlich immer, wenn Sie sehr stark sind und sehr viel, also zu viel auf einen Schlag fällt nach einer langen Trockenheit, dann fließt natürlich viel Wasser oberflächlich ab und steht für die Böden gar nicht mehr zur Verfügung. Also diese Ausgewogenheit der Niederschläge ist natürlich ein Thema. Und jetzt müssen wir natürlich sehen, wie die nächsten Monate so ausfallen. So, wir schauen schnell aufs Wetter. Tief zwischen Island und britischen Inseln. Warme Luft oder zumindest sehr milde Luft kommt von Südwesten jetzt zum Beginn des neuen Monats zu uns rein. In der kommenden Nacht sieht es so aus, es gibt ganz im Westen durch die Front erste Tropfen. Sonst ist es leicht bewölkt, gerade Richtung Bayern, teilweise aber auch hochneblig trüb. Und die Frühtemperaturen, die liegen dann, wo keine Wolken sind, meistens so im Bereich zwischen 0 und minus 2 Grad. Ansonsten unter den Wolken bei 4 oder 5. Der morgige Vormittag gestaltet sich dann mit der gleichen Verteilung. Wir haben die Nebelfelder über Bayern, auch über anderen Regionen. Die lösen sich zum Nachmittag teilweise auf. Dann haben wir den Sonnenschein gerade in der Mitte und nach Nordwesten durch die Front bedingt. Viele Wolken und immer wieder auch mal ein paar Tropfen, die so langsam nach Norden wandern. Die Temperaturen, die liegen dann, wenn es dauerhaft eher ein bisschen trüb ist, ganz im Nordwesten auf Helgoland bei 8 Grad und ganz im Südosten am Dreisessel in Niederbayern bei plus 16, alle anderen dazwischen. Das ist der Südwind, der für die milde Luft sorgt und kurz noch der Blick auf das Wochenende. Also Freitag und Samstag ist kein Wochenende, aber Sie sehen, milde Luft ist da, nur ab und zu fällig. Schönen Abend, bis dahin und Tschüss.